Hallo Distrikt 95, ich bin Viktoria Sokolowa, TEDx-Rädnerin, Autorin und Forscherin. Und ich freue mich sehr, dich bald bei dieser Konferenz zu sehen. In meinem Workshop, Deinen inneren Champion kultivieren, möchte ich dir zeigen, wie du motiviert bleibst, deine Motivation verbessern kannst und auch weiter teilen könntest. Wir tauchen in dieser Welt der Motivation. Diesen Workshop habe ich extra für Distrikt 95 Konferenz gemacht. Und ich freue mich, dich dort zu treffen. Lass uns zusammen unsere verborgene Talente freisetzen. Lass uns zusammen unsere Verborgene Talente freisetzen.